Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Job und Karriere. Herzlich willkommen auch bei Capgemini. Da sind Sie zwar noch nicht, aber vielleicht möchten Sie ja eines Tages dorthin, wo ich auch schon bin. Kurz zu meiner Person. Ich bin seit rund 30 Jahren im Beratungsgeschäft für Banken unterwegs und betreue nun die Banken hier in der Region Hannover, da ich für die Geschäftsstelle in Hannover im Bankensektor tätig bin. Ja, dann komme ich zu unserer Company. Wir sind weltweit unterwegs. Erschrecken Sie nicht vor der hohen Zahl 130.000 Mitarbeiter. Das verteilt sich sehr stark auf die ganzen Regionen in der Welt. Hier in Deutschland sind wir insgesamt mit allen weiteren Subbranches mit rund 3.000 Mitarbeitern aktiv unterwegs. Unsere Mitarbeiter teilen sich in verschiedenste Bereiche auf. Darauf gehe ich gleich noch ein. Wir wollen uns heute im Schwerpunkt um den Bereich Application Services kümmern. Außerdem haben wir natürlich auch die Consulting Services. Das ist die Capgemini Consulting, die sich mehr um strategische Beratungsthemen rund um die IT kümmert. Ferner bieten wir auch Outsourcing Services an, auch in Deutschland, sehr stark in Indien. Sie haben die Folie vorher gesehen, da ist Indien sehr stark vertreten. Und wir haben noch die sogenannten Local Professional Services, hier hauptsächlich Testmanagement-Angelegenheiten, die über die Tochterfirma Society abgeleistet wird. Wir sehen auf der Folie im unteren Bereich die blauen Kästen, in die sich die Application Services in Deutschland aufteilen. Zunächst mal haben wir den Bereich Business Technology, kurz B-Tech. B-Tech ist ein Teil unseres Hauses, der sich um Geschäftsprozesse kümmert, um Beratung effektiver Gestaltung von Prozessen und Managementberatung. Dann haben wir den ganz starken Bereich CSD, Custom Solution Development. Dort finden wir die Individual-Software-Entwicklung, die den Schwerpunkt unserer Tätigkeit in Deutschland darstellt. Capgemini in Deutschland, das möchte ich hier nochmal erwähnen, ist als IT-Dienstleister laut Gartner Group an Nummer 4 gelistet. Nur drei Konkurrenzunternehmen sind in Deutschland größer als Capgemini als IT-Dienstleister. Ich war bei CSD, Custom Solution Development. Hier haben wir drei Schwerpunktbranchen, die wir sehen. Den Automobilbereich, Service Industries und Financial Services. Der Bereich, dem ich auch entstamme. Schließlich gibt es noch Package-Based Solution. Was verstehen wir darunter? Darunter verstehen wir im Schwerpunkt die SAP-Anwender. Also die Anwender, die sich mit Standard-Software einsetzen im Schwerpunkt und die wir auch betreuen. Und schließlich noch Business Intelligence. Hier geht es auch um Data Warehouse-Lösungen und Big Data, was gerade ganz aktuell der Trend ist, auch auf dieser Messe. Schließlich übergreifend noch Application Lifecycle Services. Hier unter verstehen wir die Wartung, Weiterentwicklung und auch die Anpassung von Software. Hier sehen Sie einmal einige unserer Referenzkunden. Sie finden eigentlich alle Branchen vertreten und alle namhaften Häuser. Denn IT finden Sie ja auch hier überall. Dort überall sind unsere Berater in Deutschland unterwegs. Jeder von Ihnen ist irgendwo schon einmal mit Produkten von uns in Berührung gekommen. Denn wir entwickeln im Namen dieser vorgenannten Häuser mit an Software, die jeden von uns irgendwo betrifft. Wenn Sie in einen Airbus steigen und fliegen, dann haben wir auch da an irgendwelchen Software-Modulen mitentwickelt. Wenn Sie sich ein Auto von Mercedes, VW, BMW kaufen, so ist dort immer irgendwo auch ein kleines Teil Software aus dem Hause Capgemini mit enthalten. Und Sie sehen hier zahlreiche andere Beispiele, wie man auf Leistungen mit uns setzen kann. Kommen wir nun zu dem eigentlichen Schwerpunkt heute, ein- und aufsteigen mit Capgemini. Wir suchen nicht nur Studienabgänger, wir suchen auch natürlich Young Professionals, Professionals und Seniors. Was können wir Ihnen bieten? Natürlich haben wir zahlreiche Projekte. Sie haben gesehen, bei welch vielfältiger Anzahl von Kunden wir unterwegs sind, um dort modernste Technologien einzusetzen. Entweder die beim Kunden schon vorhanden sind oder die wir eben erst mitbringen. Sie können bei uns schon frühzeitig Verantwortung übernehmen. Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Sie sehen die offene Unternehmenskultur, enge Zusammenarbeit im Team. Das sind Dinge, die bei uns nicht nur auf der Folie stehen, sondern auch gelebt werden. Wir sind international unterwegs. So besteht auch die Möglichkeit für Sie, international tätig zu sein. Sie können dies tun, Sie müssen dies nicht. Es ist eine Option. Der Wissensaustausch findet über vielfältige Kanäle statt. Wir haben sehr flexible Arbeitsmodelle, die natürlich in Abhängigkeit vom jeweiligen Produkt sind, vom jeweiligen Kunden sind, vom jeweiligen Projekt. Und die durchaus auch eine Viertagewoche bedeuten können. Sie bekommen ein regelmäßiges Feedback für Ihre Karriereplanung. Das Karrieremodell ist sechsstufig und bietet zahlreiche Möglichkeiten, auch des Quereinstiegs. Das Vergütungspaket enthält zahlreiche Incentives. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Firmenwagen zu erhalten ab einer gewissen Karrierestufe. Und ein Handy, ein Notebook etc. Es gehört alles zur Grundausstattung dazu. Wenn Sie also Ihren Einstieg suchen, Ihren beruflichen, dann wären Sie bei uns sicherlich an einer der namhaftesten Adressen der IT-Berater Deutschlands und weltweit. Wenn Sie gute analytische Fähigkeiten mitbringen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bewerben. Wie fördern wir unsere Mitarbeiter? Sehr individuell, aber auch konstant. Sie sehen hier die fünf wesentlichen Themen der Weiterbildung, die wir forcieren. Sowohl durch persönliche Maßnahmen als auch durch E-Learnings. Dazu gehören Soft-Skill-Trainings wie fachliche Schulungen, technische und Produktschulungen und natürlich branchenorientierte Weiterbildungen. Ich sprach es schon an, mit Präsenztrainings und auch mit E-Learnings sind wir da unterwegs. Dann komme ich zum wesentlichen Modell des Fast-Track. Fast-Track, ich habe hier mal die Broschüre, die Sie an unserem Stand dort hinten erhalten können, wo Sie auch weitere Informationen darüber bekommen. Bedeutet für IT-Studienabsolventen die Möglichkeit, hier parallel zum Studienabschluss, Bachelor oder den Master dann auch parallel zu erwerben. Berufsbegleitend. Wir haben hier zunächst mal Basismodule zu einem sogenannten virtuellen Campus, zu dem Sie Zugang bekommen. Dazu gehört das lokale Onboarding. Dies ist eine einmalige Tagesveranstaltung, bei der wir Sie zunächst einmal einweisen in die Welt von Capgemini und Sie uns näher bringen. Es gibt bestimmte Capgemini-Tools, in die Sie eingewiesen werden und die verwendet werden. Wir haben Trainings zur Kommunikation und Präsentation vorgesehen. Es gibt Projektarbeit beim Kunden nach Bedarf. Es gibt persönliches Zeitmanagement-Trainings und Fallstudien aus der Praxis, die Sie hier erlernen können. Und das findet sich wieder in schwerpunktspezifischen Modulen und das entspricht und spiegelt wieder den Aufbau, den ich vorhin schon geschildert habe. Sie sehen es hier einfach noch einmal. Business Technology Consulting, kurz B-Tech, individuelle Softwarelösungen, Standard Software und BIM Business Information Management. Und schließlich auch ALS, Application Lifecycle Management, Wartung. Wir haben ein Mentorenmodell. Das heißt, es gibt einen persönlichen Mentor, der, wenn man ein Jahr bei uns tätig war, sich in monatlichem Rhythmus um jeden Einzelnen persönlich kümmert, durch persönliche Abstimmungen, Feedback-Gespräche. Über diesen Mentor erhalten Sie jederzeit Ihr Feedback, wo Sie eigentlich bei uns stehen und wie Ihre Mitarbeit im Projekt aussieht. Ja, wen suchen wir? Wir suchen Studenten, Absolventen und Professionals. Junior Professionals genauso wie Senior Professionals. Dann möchte ich noch hinweisen auf eine Veranstaltung im Mai in München. Am 23. und 24. Mai veranstalten wir in München die Expedition Summit 2014. Eine zweitägige Veranstaltung. Am ersten Tag werden verschiedenste Themen diskutiert. Themen wie individuelle Softwarelösungen, Business Technology Consulting, Application Lifecycle Services. All dieser Strauß von Möglichkeiten, den wir Ihnen bieten. Abends gibt es ein Barbecue mit einem Austausch mit anderen. Und am nächsten Tag finden fachliche Workshops statt, in denen Sie mitarbeiten können und wo Sie Austausch finden können mit anderen IT-Professionals von Capgemini. Es geht um mobile Solutions, es geht um agile Softwareentwicklung, es geht um Big Data und Analyzes, es geht um Cloud Computing, es geht um SAP-Themen und es geht um Lean IT. Alles Themen, die uns aktuell in der IT-Welt stark bewegen und die wir Ihnen auf diesem Wege näher bringen möchten und wir gleichzeitig versuchen wollen, sie uns näher zu bringen. Dann noch ein weiterer Hinweis, im April, genau vom 1. bis 27. April findet eine wöchentlich ausgerufene Expedition Coda Challenge statt im Internet. Dort finden Sie wöchentlich neue Aufgaben, die zu lösen sind und über die Preise verlost werden. Auch diese Informationen an unserem Stand dort schräg gegenüber. Ja, das war soweit mein Vortrag, um Ihnen die Möglichkeiten aufgezeigt zu haben, wie Sie bei uns aufsteigen können, einsteigen und aufsteigen bei Capgemini. Vielen Dank.